Die FFH Hessen Reporter aus den sechs Regionalstudios. Die Nachrichten für Nordhessen. Jetzt. So viele geschichtliche Daten wie er hat wahrscheinlich niemand im Kopf. Daniel Jaworski aus Vellmar kann über 400 historisch bedeutsame Jahreszahlen aufsagen. Bewiesen hat er das heute Morgen in einem Kasseler Gymnasium, in dem er den Weltrekord im Merken von historischen Daten aufgestellt hat. Wie der 36-Jährige das anstellt, hat er uns am FFH-Mikro verraten. Jeder Zahl wäre bestimmte Kontonanten zugeordnet. 1 bekommt z.B. T und D, 2 bekommt N, N bekommt 3 und so geht es weiter. Das sind vielleicht so 15 Buchstaben, die man sich merken muss. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man sich unendlich viele Zahlen merken. Einstein ist 1955 gestorben. Ich stelle mir vor, Einstein hat sich an Lollis verschluckt. L bekommt die Ziffer 5 und Lolli LL. Also ist es 1955 passiert. Und das Bild, was wir uns am besten einprägen können, an das erinnern wir uns. Der Femmerer gibt unter anderem Kurse in Merktechniken und Gedächtnistraining. Ich bin Marie von Berlepsch. Schreiben Sie mir an marievomberlepsch.at ffh.de